Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt zeigen wir hoffentlich den Terminator mal, wo der Frost die Locken hat Okay, gar kein Minigam mehr Genau So, jetzt haben wir auch mal die schönen Waffen der zweiten Generation Kurz mal nachladen, man weiß ja nie Ja Die Waffen haben doch ordentlich mehr Rums Ja, viel mehr Rums Ich überlege Wie lang wir ja jetzt mit den Roten Waffen gebraucht haben Also mit der ersten Generation der Plasma Waffen Ah, die Grafik ist wunderhübsch Keep pushing forward Metals Es gab ja ein paar Spieler, die haben sich beschwert Tatsächlich, dass Ja, die Plasma Waffen der ersten Generation Ja kaum irgendwas ausrichten Aber ich meine Leute Jetzt mal ganz ehrlich Wo besteht dann die Gefahr der Terminator Wenn Wir gleich von Anfang an So gute Waffen haben Äh, dass wir Die ganz problemlos wegholzen können Also Dann bringt uns das ja alles nichts Oder sehe ich das falsch? Bisschen flankieren Ich hab doch auch noch Die Knifte hier Oh, mal ausprobieren Oh, schön, schön Na? Ne, das will ich nicht Immer schön die Munition einsammeln Davon können wir Bestimmt jetzt Äh, wo es aufs Ende zu geht Nicht genug haben Ne Einander Infiltrator? Nein, er ist mit uns Morgan Took you a while How did you know we were coming? I thought you'd know by now I know more than you think Better prepare yourself Okay It's quiet Too quiet Yep Woah Spread out Focus on that HK Woah Was? Was? Huch Ähm 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 Das war Absicht Huh Spread out Spread out Focus on that HK They're coming from the West Gate Da habe ich dementsprechend nicht aufgepasst Oh Oh I'm better Uh oh Uh oh Ja T47 Destroy T47 What? It wasn't supposed to be here Find a rocket launcher Jaja Habe ich ja schon Something's not right Na komm Komm schon großer Wow Oh Another one Aha Aha Wo ist denn der Hunter Killer Okay 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 Wollen wir noch was Wollen wir noch was Wollen wir noch was Wollen wir noch was Ja Ha 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 Ja so macht das Spaß Das ist es So macht das Spaß Okay So macht das Spaß Ist hier noch was Nein Also ja wie gesagt es haben sich echt welche beschwert so am Anfang hoch ja die Terminator die kriegst ja gar nicht K.O. und ach Ja Leute was was willst du erwarten sonst kann man das Spiel auch ganz knicken weil wenn die Terminator gar keine Gefahr weiter darstellen dann naja dann bringt es ja auch nicht viel oder oder sehe ich nur das so Aber jetzt ist es schon deutlich entspannter mit den Waffen der zweiten Generation da kann man sich echt ordentlich wehren Der Zentrale Korps ist unten Wie wissen Sie das? Ich bin hier vorher schon Ich habe es gesehen Schau Terminator 5 Feuer Oh 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 Uiuiui Oh 850er Au 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 Ja der hält mehr aus Oh da haben wir noch was gekriegt Äh Moment mal Freunde Mal gucken mal Mal gucken ob er die Knie Ne? Das wollte ich gar nicht Das wollte ich Die Äh Den Dann kann man fallen Oh 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 Warum habe ich jetzt zwei Stück? Ist ja jetzt ein bisschen Unsinn War sehr egal Ähm Chips Stabilität Ladestreife Ne? Nein Nein No Kriege ich das heute noch hin oder was? Verbessern Genau Ladestreifen Ja Bring mir nichts das Ach die kannst du nur mittig einfüllen Ah ja Okay Gut Alles klar Machen wir mal ein kleines Spittchen Äh Okay Alles klar Das war noch fast zu erwarten Ähm Das lässt er den Stabilität Im Stabilität 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 Der Der Flames Der Stabilität Der Ich Die Stabilität Aber Was Der Ich Der L Der 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 Auf geht's. Au. Au. Lauf, 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 Mensch. Ich bin ja schneller als du. Na ja, scheint zum Glück alles gescriptet zu sein. Dann zu, dann zu. Okay, immer die hinterher. Äh, auf, äh. Äh, warte mal. Commander, Central Corps, it's not here. It was an Ambush. Commander. Scheibe. Das ist nicht gut. Oder sind vier später der Fremde? Baren, ich habe die Koordinaten. Kannst du mich hören? Wo sind Sie denn? Äh, okay. Hm. Gut. Äh, Fähigkeitenpunkt. Tarn. Still. Härte. Wollen wir. Ich habe da irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Genau das dachte ich mir nämlich auch. Und es ist doch hier immer ein kleines Empfangskomitee. What the hell? Oh nein. Nein. Oh nein. Komm schon. Vier Stunden. Es ist erst vier verdammte Stunden her, seit die Teams Alpha und Bravo los sind. Wir können nur von unseren Funkgeräten sitzen und auf Neuigkeiten warten. Ich frage die ein- und ausgehenden Aufklärer, aber alle sagen, dass es ruhig war. Wir können nichts anderes tun, als abzuwarten. Und das bringt mich um. Ich erinnere mich nicht einmal daran, dass die Zuflucht jemals so ruhig war. Und jetzt, wo ich erwähne, wie ruhig es ist, fangen die Hunde natürlich an, sich die Seele aus dem Leib zu räumen. Na toll. Oh nein. Komm. Echt? Aaron. Ah. Vier wunderbar. Wolfi? Hey. Kumpel. Wo ist dein Herrchen? Ja, genau. Ich stecke ihn mal in die Hosentasche. Der Nächste, der lebt noch. Komm. Nein. Nein. Oh Gott. Oh, nicht doch. Oh. Verdammt. Echt? Nicht die beiden. Ach, sowas geht mir an die Nieren. Sorry Leute. Ich, der ich selber Vater bin. Ja, wenn dann... Ach, ich tue mich bei sowas dann immer schwer. Ich weiß, die meisten können es dann wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber... Mir geht sowas an die Nieren. Alle tot? Ja. Wahrscheinlich auch Baron. Oder sie ist ein Terminator. Kommander! Rivers. Du bist alive. Was ist passiert hier? Ein Infiltrater kam. Wir haben viele Freunde mit ihm. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Schönen? Und auch, die sind die Skynets Zentralcoren? Nein. Nein, wir haben nicht. Es war ein Ambush. Sie haben sie überlegt, bevor wir dort kamen. Also das ist es? Wir haben verloren? Wir haben diesen Krieg verloren? Noch nicht. Was bedeutet das? Ich habe den Zentralcoren reale Koordinaten. Du hast? Ich muss lernen, dass du dich nicht mehr überlebt hast, Rivers. Wir müssen Connors kenne. Du kannst noch Skynet nicht mehr überhören. Vergiss es. Ich konnte ihn nicht auf dem Radio für Stunden. Du musst ihn finden. Du musst ihm diese Koordinaten geben. Aber erst, lass uns hier rauskommen. Nein. Du hast nicht Zeit für das. Du musst mich hier verlassen. Ich kann nicht. Du wirst nicht meine letzte Ordnung verbrechen, oder? Ich habe eine Konfession zu machen. Es gibt eine Grund, dass ich dich nicht so stark auf dich aus dem Beginn. Erinnerst du den Liste von Leuten, Skynet schief für Termination? Ich schief. Ich sagte, dass du Nummer 3 war. Die Wahrheit ist, dass du Nummer 2 war. Juste hinter Conner. Du hast meine Platz. Und für das Leben von mir, konnte ich nicht verstehen, warum. Aber jetzt weiß ich, dass sie kommen. Du musst jetzt gehen. Use ein Vent in der Kommand-Rolle, um sie zu überlegen. Und dann find Conner und gib ihm diese Koordinaten. Ach, komm. Heiß dich zusammen, Soldat. Jetzt geh. Glückwunsch, Jacob. Na, klar. Gut. Gut. G waste. Gaffe. Egal. Das... Da. Super, das läuft ja Läuft doch wieder mal alle Spitze Ah, wo lang müssen wir denn jetzt? Hä? Was ist hier irgendwie lang? Ach so Warum leicht, wenn es umständlich geht? Ah, komm her, du Arschnase Das ist das Schöne, dass er auf dem Rücken so einen schönen Feuertank hat Macht so schnell, bumm Wow Das ist ein 850er Ja, hast du gedacht, wa? Na, dann war es hier Hat der spitzenmäßig funktioniert Unser Angriff Ja, Stoff kann man hier genug haben Also Ich habe eigentlich gedacht, mit dem Amtsturm Wäre es gegessen, das Spiel Aber Tja Anscheinend Planen wir doch mal was anderes Ja, wir sind auf der Flucht Aber wir können doch schnell noch mal was craften, oder? Ja, so Ja, das hat Dietrich Besitzt ein 30er Komm her Ja, da hat er noch was Ja, da hat er noch was Okay, Leute Alle tot Und irgendjemand hat gerade angerufen Herrlich Ah, ich liebe sowas The Stranger died in that ambush Trying to protect me He came from the future To save my life And I don't even know his identity But thanks to his sacrifice I managed to escape With the central core's true location When I got back to the shelter I realized that getting that information Cost the life of many others as well I headed out to find John Connor And his north division To take part in the last all out attack Okay So, Freunde Aber ich würde sagen Das Ob uns jemand hört Sehen wir in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt Wir zertreten Blechdosen mit den ganz großen Stiefeln Und wenn es euch gefallen hat Ihr wisst schon Lasst ein Like da Kommentar Ein Abo Macht die Glocke an Ach, das übliche Ihr kennt's Aber Hauptsache Ihr schaut das Video Bis zum nächsten Mal Euer Scotty Ciao, ciao